Moment, die ist aber immer noch da, oder? Ja, das ist zum Farmen da, diese Events. Jetzt könnte ich nochmal reingehen und den dann nochmal wegklatschen. Hier würde ich dann wieder Gesundheit beim Töten bekommen, statt Gesundheit beim kritischen Treffer. Gesundheit kritischer Treffer wäre rein theoretisch besser. Dadurch, da ich aber dann viele Leute töten würde, würde ich dadurch mich dann auch wieder... Also Gesundheit bei kritischer Treffer ist noch besser. Solange ich kein Verbrennen beim Treffer habe, bleibe ich dabei, leider. Ansonsten habe ich hier jetzt auch nichts, ne? Gesundheit beim Töten... Aber wie ich an der Waffe jetzt schon sehe, ich muss mir so langsam... Muss ich mal wieder upgraden. Weil... Boah... Und ich muss hier die ganzen Kacke mal zerstören oder verkaufen. 94 zu 80 ist ein echt extremer Unterschied. Das ist echt heftig. Da kann man eine ganze Menge rausholen. Das gleiche bei den Bögen auch. Obwohl der hier geht sogar noch. Da ich den erst vor kurzem bekommen habe. Aber den müsste ich eigentlich auch mal wieder aufladen. Bei den Schilden... Schilde glaube ich auch, ne? Muss ich glaube ich auch mal wieder aufpäppeln. Sind halt bei Parade. Was habe ich denn überhaupt zur Zeit aktiv? Bluten bei Blocken? Ne, Bluten bei Blocken lasse ich. Oder Verbrennen bei Blocken. Das wäre witzig. Vergiften bei Blocken hat auch was. Aber ich will... Ich will ungern das Schild wechseln. Weil das einfach mega geil aussieht. Bei dem Schwert... Kann ich drauf verzichten. Aber... Das Schild, das sieht mega geil aus. Mega geil. Dann wissen wir zumindest was das hier ist. Ein Farmsimulator. Aber... Ne, das war jetzt die Prüfung Sobek. Anubis könnten wir eigentlich ja nochmal machen. Kann man den von oben auch sehen. Sobek ist aber glaube ich... Sobek. Anubis ist genau. Anubis ist nämlich hier. Den hatten wir ja schon am Anfang an schon hier gesehen. Oh, ich bin ja gleich in der Nähe, aber... Hm. Und deswegen haben wir das nicht gemacht. Nicht, weil wir ja vom Level her viel zu klein waren. Ja. Das blöde hier ran jetzt ist. Wir gehen jetzt erst in die Stadt. Ich will mir so erstmal... Obwohl... Den Weg, den ich jetzt laufen werde, ist... Ihr werdet mich wahrscheinlich richtig umprügeln. Aber... Ich werde so... So... Hier einmal drumrum und dann hier hin. Und dann werde ich jetzt reingehen. Weil... Ich eigentlich von links lang wollte. Dass mir das jetzt so ein bisschen alles kaputt macht. Aber ist schon cool. Ist echt cool gemacht. Oh, hoppah. Und vor allem ist es nicht allzu schwer. Er hat sehr klare Angriffsmuster. Und das kann man dann echt fahren. Vor allem, wenn ich jetzt rein theoretisch noch einen besseren Bogen gehabt hätte. Dann wäre es vielleicht sogar ein bisschen schöner gegangen. Beziehungsweise, wie ich von Anfang an das dann schon gleich so gemacht hätte. Oder macht das überhaupt Sinn? Ja, doch. Ich würde mir nur, ähm... Das eine hier. Wahrscheinlich hätte ich mir noch nicht mal das jetzt gewöhnen sollen. Und gleich rechts hoch. Aber, naja. Schon wieder die falsche Waffe. Es gibt jetzt auch ein Recht auf die Eier. Ich will die Kack-Waffe nicht immer haben. So. Dann gehen wir weiter zu dem Fahrzeichen. Und in dieser Stadt, da gibt es ja nicht nur diese 1D-Mission, sondern da geht auch die Hauptmission weiter. Deswegen mache ich das ja als letztes. So, ich hoffe, das bringt jetzt auch was. Wow. Ja, sieht gut aus. Hat auf jeden Fall was gebracht. Hier scheint ein Nest zu sein. Oder auch nicht. Ein Ort zum Ausruhen. Mein Haus ist jetzt ein Ort für Reisende. Teile deine Geschichten mit mir, um deine Seele zu kultivieren. Hier vielleicht. Sieht das schon als Ausruhen hier drin? Ja, sieht gut aus. Nee, hat nicht gezählt. Hm. Hier unten vielleicht? Nee. Aber da im Haus hätte das echt gut gepasst. Auch dem Haus wäre merkwürdig. Wenn da nicht jeder drauf. Das sind zwei Tickers. Hm. Hier vielleicht? Ah, hier. Wow. Oh, da liegt ja sogar jemand. Oh, ich habe keine XP. Ach ja. Ich bekomme ja Fähigkeitspunkt dafür. Oh, wir sind ja schon fast 41. Joa. Habe ich aber schon getroffen. Ah. Das auf der hohen See wird jetzt wieder richtig langweilig. Und kein Boot in der Nähe. Nein. Ich füge es nicht an. Hm. Hm. Das wird echt langweilig. Ich entschuldige mich schon mal im Fokus. Du, 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 du. Oh. Nice. Danke sehr. Vergib mir. Da hatte ich aber Glück. Dass er eins gespawnt ist. So. Der bewegt sich ständen ja kein bisschen. Wird wohl kaputt. Halt, bleib stehen. Hey, was? Du hättest nicht herkommen sollen. Hier schlag ich sie tot. Hey, was? Oh, da hat er hier überhaupt nichts geschafft. Ist einfach nur fuller. Nein, bitte schlitz mich nicht auf. So, fertig. Auf zum nächsten Fragezeichen. Das ist ja hier immer noch ummehrt. So. Hier haben wir nichts weiter freigeschaltet. Dann gehen wir weiter. Zum Unterwasserruhine. Dann wären wir hier hin. Und dann da hin. Und dann wieder dort hin. Nein. Aber wenn wir hier sind, denke ich, broden wir uns einfach. Da sind wir einfach mal so bequem. Hey, doch mal die Backen. Du musst doch nicht mangel helfen. Treffen die mich noch? Ne. Da waren die nicht zu langsam. Nie. Ich hoffe, wir bekommen hier oben auch nur die Informationen und müssen dann woanders hin. Einfach nur, damit man hier oben die Ecke dann nochmal hat. Entschuldigung. Also besonders finde ich die Stadt hier nicht. Dass dann einer von dem Größeren hier rum eintragen. Jetzt werde ich etwas ganz Schlimmes tun, weil ich könnte wetten, dass der weg und dass der abhaut. Das geht hier aber tief runter. Wollte der gerade reden? Na? Oh, ich habe einen Krebs gefunden. Ja, noch ist es da. Noch ist es da. Wie cool das aussieht. Wow. Und es war noch nicht mehr hell. Okay, dann war das Wagi. Aber sah trotzdem schön aus. Sah trotzdem schön aus. Definitiv. Ich hoffe, jetzt komme ich hier irgendwie rein. Passend. Ich schließe ich noch ein bisschen weg. Ja cool, dann haben wir die ganze... Naja gut, die ganze Karte nicht. Ein bisschen war da vorher schon. Aber haben wir dieses verdammt große Gebiet und dann haben wir das auch. Verkundet. Und dann bin ich müde. Chill mal. Ist doch nichts passiert. Nett, dass er nicht ausgewichen ist. Ne, Pferde. Oder sogar eine ganze Menge. Ist es noch heiler? Ja. Yeah, Schatzplünder. Das sieht hier aber cool aus. Hey. Hey, was? Was? Ah. Ah. Schieß besser nicht daneben, du Brade. Bum. Bam, bam. Bum. Bin in Reichweite. Alter, was hat der für... Das muss ich reparieren. Hey, wie? Was musst du reparieren? Dann. Geht mit euch. Ich will doch nur einen Schatz plündern. Danke sehr. Der ist doch bestimmt hier irgendwie. Ja, darunter ist der. Okay, hier ist gar nichts. Das ist gar nichts. Zack. Woah, woah. Du hast ihn auf dich. BAM. auf zum nächsten ob wir überhaupt mit dem boot gut hinkommen ich muss mir den mal kurz ausleihen das war's 1 aber ist trotzdem unfreundlich hier bin ich auch an sich langsamer ist interessant ich kann gar keinen full speed machen vielleicht hätte es gedacht schön geparkt ganz sicher du da hilf mir treib diese bestien fort bitte hilf mir ich würde mich lebendig fressen ganz sicher halt halt die fresse Junge einfach weiß jetzt kann Moment du bist ja in der Wache okay wir waren Wochen in diesem grünen Albtraum um wilde Tiere für die Gladiatoren einzufangen die Amphitheater Jagd in Kyrene wurden einmal hundert Löwen getötet zu Ehren der Götter ich riskiere nicht mehr mein Leben um Tiere zu fangen nur damit irgendein Politiker die Herzen der Wähler gewinnt klingt weise ich werde mein Glück in Herakleon suchen mögen die Götter dich schützen ja gut er hat gesagt dass sie mich schützen sollen sonst hätte ich ihn jetzt auch noch umgeklatscht ja Schatz da Gladiatoren kann für Gladiuss kannst du dir vorstellen ich werde es total langweilig so aber den teil ja auch noch dann können wir uns endlich zur stadt porten und dann hier endlich den ganzen schild machen wird ja auch langsam zeit würde ich meinen ich überlege die ganze zeit ob ich einen kleinen cut machen sollte und dann das ist für dich wie versprochen danke sehr das hätte es auch behalten können arschloch könnte ich eventuell noch mehr von den ich kann keine kristalle mehr kaufen 23.000 mann ich gucke mal kurz lange wir schon aufnehmen so ich habe es nicht gesehen zwei stunden ungefähr dann mache ich kurzen cut und denke dann nehmen wir einfach noch mal so eine stunde auf dann sehen wir uns gleich wieder bis dann ciao